Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung. Wir sind in der siebten Woche und reden heute über Verbphrasen und Verbkomplexe. Und damit endet die Beschreibung der Phrasen. Wir gehen dann in die Beschreibung der unabhängigen Sätze über. Wie immer aber der Überblick. Verbphrasen und Verbkomplexe. Was machen wir da? Ja, wir schauen uns die genaue Struktur von Verbphrasen an. Die kamen schon als Teil von Komplementierer-Phrasen vor. Und da haben wir festgestellt, dass sie Verb-Letzt-Stellung haben. Das machen wir ein bisschen genauer. Wir werden kurz reden über Scrambling. Das ist die Freiheit der Positionierung der Phrasen innerhalb der VP. Und wir reden dann über Verbkomplexe. Das sind die Ketten von finiten und infiniten Verben am Ende der VP. Zum Schluss werde ich Ihnen noch einen Vorschlag machen, wie man systematisch syntaktische Analysen durchführen kann. Das ist für die, die Schwierigkeiten haben, wenn sie einfach vor einem ganzen Satz sitzen oder einer größeren Phrase und nicht wissen, wie sie genau vorgehen sollen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich zeige Ihnen einfach eine systematische Möglichkeit. Verbphrasen. Wir haben, wie gesagt, schon darüber gesprochen, weil Verbphrasen Teil von Komplementierer-Phrasen sind. Der Komplementierer verlangt eine VP als Ergänzung. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal Beispiele für Verbphrasen. Und zwar ist das hier immer das Eingeklammerte. Das Ischariot malt. Und Sie sehen, dass ich hier einen Komplementierer jeweils davor schreibe, damit genau diese Verblätztstellung ausgelöst wird. Das Ischariot das Bild malt. Steht wieder ein Verb am Ende. Davor steht eine NP, das Bild und eine NP Ischariot. Das Ischariot dem Arzt das Bild verkauft. Wieder steht ein Verb am Ende. Davor mehrere Nominalfrasen. Das Ischariot wahrscheinlich dem Arzt heimlich das Bild schnell verkauft. Das ist semantisch an der Grenze. Sie werden vielleicht sagen, was genau soll das eigentlich heißen? Das ist einfach der Versuch, eine möglichst volle Verbphrasen zu zeigen, wo hier eine Adverbphrasen steht. Eine Nominalfrasen. Noch eine Adverbphrasen. Eine Nominalfrasen. Eine weitere Adverbialphrasen oder Adverbphrasen. Und eine Nominalfrasen. Am Ende aber wieder das Verb verkauft. Sie sehen, hier stehen immer abwechselnd Adverbialphrasen und Verbphrasen. Das soll illustrieren, dass die VP ziemlich voll werden kann. Eine gar nicht so volle VP, nämlich eine, in der nur ein Verb und ein Subjekt stehen, eine NP im Nominativ, haben wir hier Ischariot malt. Ischariot ist ein Eigenname, bildet typischerweise eine NP alleine, ohne weitere Attribute und ohne Artikel. Und dann haben wir hier den Kopf der VP. Und das war es auch schon. Wenn wir ein Verb haben mit zweistelliger Valenz, können wir ja zusätzlich zum Beispiel einen Akkusativ haben. Ischariot das Bild malt. Ich weiß, dass Ischariot das Bild malt. Da haben wir eine NP das Bild, eine NP Ischariot, am Ende das Verb, das ist der Kopf und die bilden eine VP. Eigentlich ganz einfach. Wenn wir ein dreiwertiges Verb haben, zum Beispiel ein Verb, das ein Dativ, ein Akkusativ und das Subjekt verlangt, dann bekommen wir sowas hier, dass Ischariot dem Arzt das Bild verkauft. Das sind ganz einfache NPs in den passenden Kasus und das war es. Am Ende steht wieder der Kopf und der sorgt dafür, dass wir hier eine VP haben. Die VP ist ganz einfach aufgebaut. Am Ende steht das Verb oder die Kette von Verben und davor wird der ganze Rest einfach irgendwie aufgereiht. Nicht wirklich irgendwie, aber die Stellung dieser verschiedenen Phrasen hier in der VP ist tatsächlich sehr frei im Deutschen. Das geht jetzt hier so weiter. Ischariot eine NP, dann eine Adverbialphrase wahrscheinlich, dem Arzt eine NP, eine Adverbialphrase heimlich, eine NP das Bild, eine Adverbialphrase schnell und am Ende, wie immer, das Verb und das sorgt dafür, dass hier alles unter das Dach der VP gerät. Das könnte eigentlich nicht einfacher sein. Es gibt Theorien, die, und das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, hier eine hierarchische Struktur aufbauen. Und das hat wesentliche Vorteile. Für die einfache Oberflächenbeschreibung brauchen wir hier kaum eine Struktur in der VP, denn das Verb und seine Ergänzungen und Angaben stehen so, dass das Verb am Ende steht und der Rest davor. Achtung, Scrambling, wir kommen zur Reihenfolge der Phrasen in der VP, denn die können nahezu beliebig umsortiert werden. Das stimmt nicht ganz, aber sie können zumindest sehr frei umsortiert werden. Das ist sehr lästig für Darf-Datz-Lerner, weil man erstmal gar nicht weiß, warum diese verschiedenen Varianten existieren. Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass ich da bestimmte Betonungen reingebracht habe und das hilft dann auch typischerweise zu verstehen, was diese verschiedenen Reihenfolgen auslösen. Da wir nicht so sehr über die Semantik und Informationsstruktur, das wäre das betreffende Teilgebiet hier, reden, werde ich das ignorieren, das ist was für spätere Semester. Hier halten wir fest, dass rein formal sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten existieren, diese Phrasen in der VP zu sortieren. Die Umstellungen, wie ich gerade schon angedeutet habe, haben semantische und pragmatische Effekte. Manchmal klingen sie dann auch besser durch eine Betonung, aber syntaktisch sind die einfach erstmal alle möglich. Am Ende, haben wir jetzt immer gesagt, steht ein Verb. Eigentlich steht da aber der Verbkomplex, denn es muss nicht nur ein Verb sein, es können mehrere sein. Warum also Verbkomplexe? Dass der Junge ein Eis isst, das ist jetzt nur ein Verb, ein finites Verb, essen, in einer finiten Form. Dass der Junge ein Eis essen wird, ein Futur. Genau in der siebten Woche reden wir darüber in der Morphologie-Vorlesung. Dass das Eis gegessen wird, das ist ein Passiv, das wird auch mit werden gebildet, aber dann mit dem Partizip statt des Infinitivs. Dass die Freundin das Eis kaufen wollen wird, da haben wir ein Futur mit werden. Ein Modalverb wollen, das, weil es in der Futur-Konstruktion eingebunden ist, im Infinitiv steht. Und das Modalverb selber verlangt dann den Infinitiv des lexikalischen Verbs. Im Deutschen ist es so, dass Verben miteinander kombiniert werden, um Tempora, Modalität, Diathese, das ist aktiv-passiv, und so weiter zu kodieren. Typischerweise eben ein oder mehrere Hilfsverben und dann ein lexikalisches Verb. Und Hilfsverben im weiteren Sinne, das können auch Modalverben oder sowas sein. Dadurch bilden sich Verbkomplexe, also Ketten von Verben, die in der normalen VP, wie wir sie gerade hier besprechen, am Ende stehen. Und damit kommen wir zur Statusrektion. Das sieht jetzt erstmal wüst aus, ist es aber nicht. Wenn Sie nur ein finites Verb haben, dass der Junge das Eis isst, besteht der Verbkomplex aus einem finiten Verb. Fertig. Wenn Sie sowas haben wie, dass der Junge das Eis essen wird, haben Sie da zwei Verben. Und zwar einmal das finite Verb ganz am Ende, das ist hier das Hilfsverb werden, wird, die finite Form. Und das verlangt, dass das Verb davor, in dem Fall essen, im sogenannten ersten Status steht. Der erste Status ist einfach eine andere Bezeichnung für den Infinitiv. Sie werden sagen, wozu brauche ich eine andere Bezeichnung für den Infinitiv? Das ist eine Terminologie, die wir in der germanistischen Linguistik benutzen. Und ich hoffe, Sie werden nach dieser Folie ein bisschen verstehen, warum das eigentlich ganz sinnvoll ist. Wenn wir nämlich jetzt ein anderes Hilfsverb werden haben, das vom Passiv, dann heißt es, dass das Eis gegessen wird und nicht, dass das Eis essen wird. Sie sehen, das ist der Unterschied hier zum Futur, dass hier das Partizip steht. Das nennen wir den dritten Status. Partizip und dritter Status des infiniten Verbs sind bedeutungsgleiche Ausdrücke. Wir stellen nur durch diese Status und die Nummerierung eine besondere Systematik her. Es ist aber auf jeden Fall wieder so, dass das Hilfsverb sagt, welcher Status hier kommt, das regiert diesen Status. Das Hilfsverb werden für das Passiv sagt, ich brauche ein Partizip. Vor mir, links von mir, muss ein Partizip stehen. Und ich bilde das Passiv von diesem Verb. Dass der Junge das Eis kaufen wollen wird. Nun, da haben wir drei Verben. Ein finites, das steht fast immer ganz hinten. Da gibt es so eine kleine Ausnahmekonstruktion. Das steht also hinten. Und es regiert den ersten Status von dem, was davor steht. In dem Fall wollen, das Modalverb. Und das regiert den ersten Status von kaufen in dem Fall. Also das Futur werden möchte ein Infinitiv, den ersten Status. Und in dem Fall handelt es sich um den Infinitiv eines Modalverbs. Und das sagt nun, ich möchte den ersten Status eines anderen Verbs. In dem Fall ist das hier kaufen. Und so bilden sich hierarchisch geschachtelte Verbkomplexe, die sich eigentlich immer wie der Kopf der VP verhalten, als eine Einheit, die aber aus mehreren Verben besteht. Und deswegen steht hier oben dann immer auch nur V, weil das Ganze verhält sich wie ein Verb. Ob hier IST steht oder ESSEN WOLLEN WIRT, hat für den Rest der VP eigentlich keinerlei Auswirkungen. In diesem Verbkomplex werden zwar Tempus, Relation, Modalität und so weiter realisiert. Aber dann am Ende hängt es wieder nur von dem lexikalischen Verb ab, welche anderen NPs und ähnliche Phrasen in der VP dann noch vorkommen. Hier stehen jetzt noch so Indexbuchstaben. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, die Verben im Verbalkomplex irgendwie durchzunummerieren. Im Buch sind es tatsächlich Zahlen, also Nummern. Und dann zu sagen, na gut, das was hier rauskommt, wenn ich Kaufen und Wollen verbinde, verhält sich so wie, naja, eine Kombination aus Kaufen und Wollen. Hier bilden sich also Verben syntaktisch aus anderen Verben und es werden bestimmte Eigenschaften nach oben mitgegeben. Das muss man jetzt nicht machen. Das dient eigentlich nur der Verdeutlichung hier. Es gibt dann eben eine echte Nummerierung, nämlich die Status. Der erste Status ist einfach der Infinitiv ohne zu. Der zweite Status, den hatten wir hier oben jetzt noch nicht. Das ist der Infinitiv mit zu. Und der dritte Status ist das Partizip. Ich wiederhole nochmal. Die Bezeichnungen hier vor und nach dem Doppelpunkt sind völlig bedeutungsgleich. Der erste Status ist der Infinitiv. Man hat diese Status-Terminologie, um eine Systematik zu haben, um diese Formen zusammenzufassen als die Formen, die von Hilfsmodal und so weiter Verben regiert werden. Wenn die jetzt einfach nur Infinitiv, Infinitiv mit zu und Partizip heißen, naja, dann sieht man nicht so schön, dass das eigentlich eine, wie man sagen würde, paradigmatische Reihe ist. Auf jeden Fall ist das eine Terminologie, die Sie allein schon deshalb können müssen, weil sie in der Literatur auftaucht. Infinite Verbformen, also die drei Status, sind solche, die von anderen Verben regiert werden in solchen Verbalkomplexen. Die Verbphrase und der Verbalkomplex jetzt als Schema, und da habe ich Ihnen eben gesagt, die Verbphrase kann sehr lang werden, der Aufbau ist aber eigentlich ganz einfach. Wir haben die VP, deren Kopf das Verb ist, das steht immer rechts, und davor können jetzt Angaben stehen oder Ergänzungen. Die Ergänzungen sind dann regiert, zum Beispiel Kasus regiert oder Präpositionalobjekte. Die stehen hier einfach in einer beliebigen Reihenfolge und es kann mehrere von beiden geben. Das ist das Schema für die VP. Das Schema für den Verbalkomplex sieht so aus. Irgendein Verb, das eine infinite Form verlangt, nimmt sich diese infinite Form, regiert sie und herauskommt ein Verb, das Eigenschaften von beiden vereint. Auch eine sehr einfache Struktur. Vor allem geht in der VP irgendwie immer alles von rechts nach links. Es gibt, wie schon angedeutet, im Standarddeutschen, was auch immer das genau ist, einen Fall, einen ganz berühmten Fall, wo der Verbalkomplex ein bisschen andersrum aufgebaut ist, als ich Ihnen das jetzt gezeigt habe. Vielleicht schauen Sie einfach mal ins Buch. Da steht das drin. Das hat bisher noch jeder verstehen können. Und damit komme ich jetzt zu der angekündigten Analysetechnik, mit der Sie versuchen können, wenn Sie mal vor einer größeren Struktur stehen, die Sie analysieren möchten oder sollen, Schritt für Schritt die Struktur zu entschlüsseln. Das ist nicht die einzige Möglichkeit und das ist auch keine, die ganz automatisch funktioniert, ohne irgendein besonderes Wissen oder eine gewisse Erfahrung im Anfertigen von syntaktischen Analysen. Aber es ist auf jeden Fall eine, die Ihnen weiterhelfen kann. Ganz wichtig bei solchen Analysen ist, dass Sie sich für jedes Wort erst mal überlegen, welche Wortklasse es hat. Das ist ein Komplementierer. Frieda ist ein Substantiv. Wir schreiben N, den ist ein Artikel, heißen ein Adjektiv und so weiter. Wir schreiben hier N, weil wir wissen, es gibt pronominale und substantivische Köpfe von NPs, aber die bilden am Ende beide Nominalfrasen, NPs. Das heißt, wir benutzen hier die Oberklasse in der Syntax, um es uns nicht unnötig schwer zu machen, sodass wir unterscheiden müssten zwischen Substantivphrasen und Pronominalfrasen. Das brauchen wir nicht, weil die sich nach außen gleich verhalten. Okay, wir haben auf jeden Fall hier erst mal die Wortklassen bestimmt und überlegen dann, na gut, welche dieser Wörter müssen denn Phrasen bilden, haben also Kopfstatus und das sind hier alle außer dem Artikel. Und dann können wir schauen, welche davon bilden denn typischerweise für sich selber ohne weitere Elemente eine Phrase, das ist zum Beispiel der Eigenname, der bildet allermeistens eine NP ohne weitere Elemente, deswegen habe ich hier gleich eine NP draus gemacht, und Adverben bilden oft eine Adverbialphrase ohne weitere Elemente. Wir können aber auch schauen, gibt es denn hier rechts oder links irgendetwas, das wir mit dem Adverb verbinden könnten. Rechts nimmt das Adverb sowieso nichts zu sich. Schauen Sie in das Schema für die Adverbialphrase. Links könnte ein Modifizierer stehen, da haben wir aber hier nicht wirklich Material, was ein Modifizierer in einer Adverbialphrase bilden kann. Hier steht gleich ein Nomen, ein Substantiv, das heißt, da muss irgendwo eine NP gebildet werden, die könnten wir dann nicht wirklich als Modifizierer gebrauchen. Und aus diesem Grund habe ich hier aus dem Adverb gleich eine Adverbialphrase gemacht. Ich habe also gezielt gesucht nach Wörtern, die ich gleich zur Phrase machen kann, weil sie entweder sowieso nichts zu sich nehmen können oder links und rechts nichts steht, was sie dann eventuell zu sich nehmen könnten. Genauso beim Adjektiv, da könnte ja hier ein Intensivierer oder Modifizierer stehen. Was aber hier links von dem Adjektiv steht, ist gleich ein Artikel. Damit kann ich kein Modifizierer oder Intensivierer, Gradierungselement heißt es in den Folien und dem Buch, bilden. Deswegen habe ich hier gleich eine AP draus gemacht. Außerdem weiß ich, dass links von einem Adjektiv gerne mal ein Artikel steht, wenn das Adjektiv zu einer NP gehört. Und dann muss es aber auch erst eine Adjektivphrase bilden, um dann in diese Nominalfrase eingebaut werden zu können. Und genau das ist dann hier passiert. Ich habe gesehen, okay, da ist jetzt ein weiteres kopffähiges Element zwischen dieser AP und der Adverbialphrase hier. Und ich habe außerdem einen Artikel. Und dann, das ist natürlich jetzt die Frage, können Sie das erkennen, dieses Muster? Das ist aber eins der häufigsten Muster für eine Nominalfrase. Und davor steht schon eine Nominalfrase, danach eine Adverbialphrase, die schon abgeschlossen sind. Daraus können Sie jetzt nichts anderes mehr machen als eine Nominalfrase. Sie sehen also, das geht auch nicht automatisch. Sie müssen schon wissen, wie diese Phrasen aussehen können, welche Möglichkeiten Sie haben, da überhaupt noch was zusammenzubauen. Aber wenn Sie das wissen und von unten nach oben vorgehen, dann können Sie sehr gut Vorhersagen machen, was wie am Ende zusammenpassen wird. Genauso sehen Sie hier hinten zwei Verben. Eins ist infinit. Eins ist finit. Und das Finite ist ein Modalverb. Ein Modalverb möchte ein Infinitiv und dann bildet das Ganze einen Verbalkomplex. Da haben Sie ihn. Ich habe jetzt hier diese Indexbuchstaben weggelassen. Ich habe ja gesagt, in einer konkreten Analyse müssen wir hier nicht A und B und hier A plus B dran schreiben. Das können wir machen, müssen Sie aber nicht. Wenn wir uns anschauen, was wir hier dann haben, dann sehen wir schon A. Moment, ein Komplementierer. Hier hinten ein finites Verb. Dazwischen eine Adverbialphrase, eine Nominalfrase und noch eine Nominalfrase. Dann wird wohl dieser Verbalkomplex mit der NPNP und der Adverbialphrase eine Verbalphrase bilden. Wenn Sie von unten nach oben vorgehen und einigermaßen wissen, welche Phrasentypen es gibt und wie die aufgebaut sind, dann kommen Sie wahrscheinlich an so einen Punkt. Und dann ist der Rest auch trivial. Sie bauen eine KP oben drüber, denn der Komplementierer verlangt eine VP, wo ein finites Verb am Ende steht. So einfach geht das, sage ich jetzt. Ich weiß auch, dass man dafür natürlich trotzdem viel Wissen braucht und es hilft, wenn man Erfahrungswerte hat, wenn man also möglichst viele Analysen gemacht hat. Probieren Sie das aber doch einfach. Es sind reichlich Übungen im Buch. Es gibt auf der Webseite einige Übungen noch und Sie können auch in die Kommentare schreiben. Wenn Sie zum Beispiel eine Struktur haben, wo Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die analysieren sollen, dann helfe ich Ihnen, wenn das meine Zeit zulässt, gerne weiter. Nächste Woche geht es jetzt dann weiter mit dem letzten großen Thema aus der Phrasenstruktur. Wir schauen uns nämlich Sätze an. Sätze sind grundlegend anders strukturiert als VPs, obwohl sie im Grunde so Zutaten der VP enthalten. Das finden viele sehr verwirrend, was man dann da macht, nämlich zum Beispiel eine Analyse, bei der Dinge bewegt werden. Ich hoffe aber, ich kann Ihnen dann plausibel machen, dass man eine solche Analyse für das Deutsche eben braucht. Für das Englische eher nicht, aber für andere germanische Sprachen wie das Schwedische, Dänische, Norwegische braucht man sowas auch. Das liegt einfach daran, wie die deutsche Syntax ist. Ich mache es Ihnen hier nicht unnötig schwer. Ich versuche nur, Ihnen systematisch zu beschreiben, wie deutsche Syntax geht. Und ich hoffe, weil das so ein Thema ist, wo viele so ein bisschen hängen bleiben, dass Sie vorher wirklich schon mal reinschauen ins Buch. Ansonsten bis nächste Woche. Vielen Dank. Vielen Dank.